Musik Haben Sie schon mal im Fernsehen eine Story erlebt, die nicht mit einem Flugzeug anfing? Wir nicht. Berlin-Geschichten fangen meist mit einem Flugzeug an. Schon wegen der vielen berühmten Leute, die hier in Tempelhof landen und I like to be in Berlin sagen oder auch ich bin immer wieder froh, in dieser Stadt zu sein, denn hier spürt man noch etwas von diesem heute so seltenen Geist, der, naja, Sie wissen schon. Diese Maschine hat aber den Vorteil, dass ihr ausnahmsweise kein Prominenter entsteigen wird. Sehen Sie, alles nur harmlose Reisende, die keinen Schuss Blitzlicht wert sind. Der eine kommt, weil hier sein Patenkind mit Spreewasser getauft wird, der andere will mal sehen, ob hier vielleicht ein Absatzmarkt für seine neue Haarpomade mit dem Wirkstoff HX-13 zu finden ist. Kurz und gut, Flugpassagiere, die gerade aus dem Luftkorridor in die gute Stube kommen. Einige von ihnen aber werden die Stadt sehen wollen, zumal viele ihrer Sehenswürdigkeiten internationalen Ruhm erlangten. Auch in Berlin gibt es für den reisenden Gast ein unerbittliches Pensum. Lassen Sie es uns kurz machen. Nummer 1 der touristischen Pflichtübungen. Das Luftbrückendenkmal vor dem Flughafen. Nummer 2, nicht weit davon, sowjetisches Ehrenmal mit zweifachem Kuriositätenwert. Erstens steht es im britischen Sektor und zweitens wird es von zwei kleinen armen Ivans bewacht, die so oft fotografiert werden wie die Lolo Britschida. Nur, dass sie es nicht ganz so gern haben. Und weiter im Text des Reiseführers. Das Brandenburger Tor, die Dame mit den Pferden. Unter den Hufen ihrer Rosse beginnt das sowjetische Imperium. Und in den Okularen der Ferngläser treten seine Wächter von einem Bein aufs andere. Und hier Hansa-Viertel mit Niemeyer-Haus. Vorsicht beim Fotografieren, Hochhausarchitektur ohne Weitwinkel wird meistens schlecht. Auch wenn es heiß ist, wird es kein Gast versäumen wollen, sich für den Funkturm zu erwärmen. Jeder fotografiert ein Stück von ihm, denn unversehrt bekommt ihn niemand ins Objektiv. Absolviert wird er aber auf jeden Fall. Ehrensache. Schließlich weiß man doch, was man Berlin schuldig ist. Und jetzt, sie werden es längst erwartet haben, die würdigste aller Sehenswürdigkeiten, jawohl, die Gedächtniskirche. Jetzt wissen die Damen und Herren im Omnibus, wie Berlin aussieht. Jetzt haben sie die interessanteste Stadt der Welt gesehen. Jetzt können sie mitreden, jetzt sind sie wirklich da gewesen. Aber das ist leider ein Irrtum. Denkste, würden die Berliner zu dieser Ansicht sagen, denn es ist eine Ansichtskartenansicht. 9.37 Uhr ist es gleich. Und wir wollen sehen, was die Reisenden um diese Minute versäumten. Bernauer, Ecke Ackerstraße, Berlin-Wedden. Ja, ganz recht. Hier hat Vater Zille sein Skizzenbuch gefüllt. Aber das ist schon lange her. Inzwischen hat es einen Krieg gegeben und keinen Frieden, eine Blockade und schließlich einen winzigen Hauch Goldstaub vom fernen Wohlstandskraftakt. Was sich über die Jahrzehnte hielt, sind Armut und Mut, sie zu leben. Was blieb, sind die Hinterhöfe, in denen selbst die Sonne die Nase rümpft. Es ist, als habe ein sentimentaler Kustos darauf bestanden, dass alles unverändert, wenn auch nicht unberührt bleibt. Diese Löcher dort in der Wand sind jetzt 14 Jahre alt. Die Granate schlug in die Mitte des Hofes und ihre Splitter kamen nicht weit. Warum, Frau Mieske, wurde das nicht ausgebessert? Weil der Hauswirt ein armer Mann ist, meine Herren vom Fernsehen. Ein armer Mann bei 80 Mietern, ja, ein armer Mann bei 12 Mark Monatsmiete für eine Wohnung. Es leuchtet ein, dass ein armer Hauswirt auch ein strenger Hauswirt sein muss. Sie werden es kaum lesen können, was auf diesem verrosteten Schild steht. Aber die Mieter wissen es. Das Spielen der Kinder auf Hof, Flur und Treppe ist streng untersagt. Sie könnten den Resten des Putzes den Rest geben. Und dieser Anschlag gehört auch zur vermieteten Kaserne. Es hat jeder Mieter für das Haustor einen Schlüssel und es ist daher selbstverständlich, dass dieser auch benutzt wird. Wer trotzdem mit Gewaltanwendung Einlass herbeiführt, gegen den wird mit schärfsten Mitteln vorgegangen. Ja, so ist das hier. Hier spielen die Radios eben laut bei offenem Fenster, obwohl auch das verboten ist. Überhaupt, die Fenster. Da lehnen sie hinaus, die viel besungenen Berliner Helden. Und von oben haben sie diesen Blick. Es leuchtet ein, dass da irgendetwas geschehen musste. Zum Beispiel sowas. Diese Vögel haben manches auszugleichen. Zum Beispiel diesen Blick. Unverkäuflich steht an diesen Mülltonnen. Seltsam. Aber vielleicht ist der Inhalt gemeint. Mülltonnen sehen überall so aus. Aber nicht überall ist das Gleiche drin. Diese Konservendose hier stammt aus amerikanischen Heeresbeständen. Ergo muss hier ein Weddingmädchen wohnen, das die Zuneigung eines liebenswerten Ami-Beschützers fand. Und das ist eine HO-Tüte. Koexistenz im Müll. Es muss in diesem Haus also jemand eine Tante im Ostsektor haben, die das Kursgefälle zur Kursgefälligkeit macht. der Kursgefälligkeit macht. Die Zuneigung ist es für die Zuneigung. Und das ist das Lى. die der Zuneigung des Sch neigen Sie mit viel Ver freezing. Dieses Haus hatte vor kurzem übrigens noch keine Toiletten. Nun hat es welche. Im Keller. Ein kleiner Junge hat uns erzählt, wie das Problem im kalten Winter gelöst wird. Aber wir erzählen es nicht weiter. Wir erzählen ihnen lieber, dass dieser zerfallene Schuppen früher ein Pferdestall war. Er wird jetzt von den Mietern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr gebraucht. Was sie jetzt brauchen oder zu brauchen glauben, ist das. Television und Tiere. Hund und Fernsehantenne. Das eine für die Zerstreuung, das andere fürs Herz. Wir wollen es nicht behaupten, aber es könnte theoretisch möglich sein, dass dieser Hofhund im speziellen Sinne des Wortes vom Hundekrämer stammt. Der wohnt gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite, in der anderen Welt. Das ist schon Ostsektor, aber in diesem Fall ist das ziemlich Piepe, denn wenn es um Hunde geht, dann kennt der Berliner nischt als eben Hunde. Wir können ja mal in das Schaufenster von Krämers Tierbörse sehen. Dieses Gedicht hat schon manchen Passanten zu Tränen gerührt. Dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, sei Sünde. Der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Und diese Leute blieben nicht mal ihrem Hunde treu. Sie verkaufen ihn beim Krämer und einige Weddingtränen rollen. Ja, ja, so ist das. Kinder und Hunde. Herz und, nein, bitte ausnahmsweise mal nicht Herz und Schnauze, sondern Herz und Verstand. Das eine dieser kleinen Mädchen hüpft jetzt in den Ostsektor. Und jetzt wieder auf unsere Seite. Sehen Sie, jetzt sind beide im Sektor Francaise. Sowas kommt hier nicht nur beim Spielen vor. An der Baufluchtlinie scheiden sich die Systeme. Und Fluchtlinie hat hier einen doppelten Sinn. Wenn dieser Ball noch ein Stück weiter fliegt, dann, so, jetzt hat ihn der Fopo. Jetzt ist er im Ostsektor. Jetzt ist er dort, wo die Mark 30 Pfennige wert ist. Wo man vorsichtig sein muss, wenn man zu einem von der Partei sagt, du hast wohl Tomaten auf die Ohren. Dieser Wedding mit seinem fossilen sozialen Ärger hat vor einem halben Jahr auch nicht die SED gewählt. Gerade nicht. Um diese Zeit ist es sehr ruhig im Kurfürstendamm-Café. Nachmittags erst kommen die gewichtigen Damen auf die Stühle und die Torten auf die Tische. Kaum ein Dutzend Gäste finden sich am frühen Vormittag ein. Diese beiden Herren zum Beispiel. Auf einen Juice und auf ein rentables Viertelstündchen. Zwar ist die Wirtschaft auf der Insel ohne Hinterland wund und Wunder stellen sich nur zögernd ein. Unsere beiden hier waren aber ausgesprochene Optimisten. Schon die Kamera auf sie zu richten, war nicht sehr diskret. Auch noch ein Mikrofon über ihnen aufzuhängen, wäre unmöglich gewesen. Aber einen Satz haben wir durch Zufall aufgeschnappt. Er lautete, wir werden es schon schaffen, wenn wir so weitermachen. Es ist wirklich wahr, wir haben das nicht erfunden. Einer von den beiden hat es gesagt, wie auf Bestellung. Aber wir wollen diesen Kernsatz nicht gleich auf Berlin beziehen. Sie haben sicher Strümpfe gemeint. Oder ein Waschmittel mit dem ultraweißen Resusfaktor. Möge der Konsument Ihnen gnädig sein. Diese Hände gehören, raten Sie bitte, sie gehören einem, haben Sie es? Einem Liebeskrat. Wir sind hier zwar nicht an der Seine, sondern an der Spree. Hier wird nicht so ohne weiteres allen Leuten die Liebe entdeckt. Aber merken tut man's doch. Lassen wir sie allein, wie sich's gehört, und schwenken wir dort hinüber. Ein Manneken, kein Zweifel. Frühstückspause auf dem Boulevard oder warten auf die große Chance. Auf die berufliche natürlich. Die private ist meist schon da in solchen Fällen. Aber auf diese Branche kommen wir später noch. Da hinten sitzt nämlich noch jemand. Bis jetzt hätte das alles natürlich auch ebenso gut in Düsseldorf rauchen und reden können. Aber diese beiden da kommen ja wahrscheinlich aus Sachsen oder aus Thüringen. Sie sehen es erstens am kleinen Köfferchen, das den Röstkaffee, das Gummiband, den Sommerstoff und die Suppenwürze aufnimmt. Und zweitens an der fehlenden Lässigkeit, am gerade sitzen und am aufpassen, an der Art zu zahlen und die Krawatte oder den Hut zurechtzurücken. Die beiden Tassen Kaffee, die da stehen, sind verhältnismäßig toll. 90 Pfennige West für jede mit Trinkgeld. Etwa mal 3,75. Sind zusammen rund 7 Mark Ost. Ebenso sauer verdient wie 7 Mark West. Aber frohen Herzens ausgegeben für diesen Parkettplatz in der geborgten Welt. Obwohl das andere sie nicht ganz loslässt. Worte gehen hin und her. Über einen Film. Über das Buch, das sie in zwei Tagen lesen mussten, weil man's nicht mitnehmen darf. Und über Kontrollen. Ob der Fopo freundlich war und einen kleinen, sechselnden Scherz gemacht hat. Oder ob er bohrende Fragen stellte. Wie es bei der Heimfahrt werden wird. Ob man besser mit der U-Bahn unter der Scheidelinie der beiden Welten hindurch oder mit der S-Bahn über sie hinwegfährt. Aber auch das Ungewöhnliche wird zur Gewohnheit. Und die beiden genießen ganz sicher diese Stunde. Trotz der für sie fragwürdigen Aussicht auf den Parkplatz. Der Berlin-Krise hin, Berlin-Krise her, auch um diese frühe Vormittagsstunde voll gepfroft ist bis auf den letzten Zentimeter. Interessanter aber als diese Blechpracht auf Gummi sind die Passanten. Jetzt wird hier nicht flaniert. Jetzt wird hier noch ganz normal gegangen. Das Stolzieren geht erst am frühen Nachmittag los. Sehen Sie, das sind, wie könnte es anders sein, die unvermeidlichen Exoten, die dem alten Kurfürsten Dampflaster seine Weltstadtambition erhalten helfen. Ambitionen einer Weltstadt. Darf ich vorstellen, das ist Herr, pardon, nehmen Sie es mir nicht übel, aber es könnte uns als Reklame ausgelegt werden, wenn wir sagen, wie dieser Herr heißt. Und sowas gibt Ärger. Seien wir also lieber unhöflich und stellen den Herrn nicht vor. Er ist, wie sich vielleicht erraten ließ, Couturier. Das heißt, er schöpft Mode. Schöpfung und Erschöpfung liegen in der Mode nur für die zahlenden Ehemänner dicht beieinander. Dieser Herr sieht es aus einer anderen Perspektive. Er und sein Kompagnon, da ist er, sind nämlich sehr erfolgreich. Die Betonung darf hier auf Erfolg und auch auf der letzten Silbe liegen. Der Betrieb, heute zwei Kudammetagen, wurde, wie könnte es anders sein, aus den Trümmern des Krieges hochgewuchtet. Und nun steht er recht gut da. Dass in Berlin die DOB oder auch DOP oder Damenoberbekleidung eine der führenden Branchen ist, das wussten Sie sicher schon. Die DOB gehört, wenn sie auch nicht Alltägliches anstrebt, zum Berliner Alltag. Und in dieser Branche ist Berlin die führende deutsche Stadt. Da ist die erste der Damen. So sieht sie natürlich nur 9.37 Uhr aus. Ihre Metamorphose zum Kleiderstar werden Sie gleich sehen. Zunächst kommt ein Zwischenstadium. Es gehört sich, die nun folgende Phase zu überspringen. So das Starmanneken im Dienst, angetreten vor dem Chef. Neulich hatte mal eine junge Dame abgewiesen, die sich für diesen Job bewarb. Sie wollte unbedingt wissen, was denn falsch an ihr sei. Und da hat er es ihr gesagt. Sie sehen einfach zu gesund aus. Das ist alles. Das hat er uns selber erzählt. Mannequins müssen durchsichtig aussehen, meinte er. Und wenn sie zu jung sind, dann werden sie auf älter hergerichtet. Denn dem Kunden muss eine Dame von Welt gegenüber treten. Die Kunden sind meist Detailleure. Sie kaufen für ihre Modehäuser die Modelle und zahlen pro Kleid zwischen 150 Mark und... Wir wurden gebeten, die obere Zahl und Zahlengrenze nicht zu nennen. Sie ist vierstellig und zwar sehr. Das sind die sogenannten Accessoires. Modisches Beiwerk, ganz recht. Auch ein Muff könnte dazugehören oder irgend sowas. Der Chef sagt uns vertraulich, wenn ein Kleid ein bisschen doof ist, dann muss man eben viel mit Accessoires machen. Wenn ein Manneken allerdings sehr viel mit solchem Zeug rumwedelt, dann ist meist was faul am Modell. Neulich war die Firma mit den dazugehörenden Damen in Sydney und in New York waren sie auch. Von dieser Bühne rauschen sie dann abends auf die Kundschaft los. Ja, also die New Yorker waren alle ganz begeistert und haben geklatscht und getrampelt. Wie sie da so stehen, die beiden großen Modeasse, sehen sie natürlich sehr am Ziel aus. Aber sie haben auch ihre Trockenkartoffeln gekaut und sie sind während der Blockade in leer zurückfliegenden Kohlentransportmaschinen nach Westdeutschland gereist, weil die Kohlen nicht mehr stimmten. Und sie haben alte Holzstühle mit Stoff verziert, um die Kundschaft Platz nehmen zu lassen. Naja, also es war auch nicht immer alles so wie heute. Wir haben sie gefragt, warum sie denn hier in Berlin bleiben wollen. Und da sagten sie, sie hingen so an Berlin. Naja, wegen der 20% Steuerpräferenzen, denn 20% sind in diesem Falle eine ganze Menge. Aber nein, sie bestanden darauf, nur hier richtig arbeiten zu können. Die Qualität der Musik hängt vom Orchester ab, sagte der eine der beiden Damen-Oberbekleider poetisch. Und mit dem Orchester meint er unter anderem diese Mädchen hier. 57 an der Zahl. Solche Mitarbeiter wie diese finde er woanders nicht, meint er. Und außerdem sei es ihm, wie gesagt, ein Bedürfnis, aus Liebe zur Stadt in deren Mauern zu verweilen. Nun sind es, besonders in diesem Falle allerdings, auch ganz beachtliche Mauern. Hier wohnen die Meister der gehobenen Textilie und hier lustwandeln sie, wenn sie nicht fahren. Der eine in diesem und der andere in jenem Automobil. Es gibt eben auch Wohlstand in Berlin, man kann es ruhig mal sagen. Denn außer Haus, Garten und Straßenflugzeug, Mutterschiff ist diese Firma, wenn wir recht vermuten, auch sonst ganz... Naja, sie wissen schon. Das ist Jim's Quarter aus Idaho in Idaho. Die Form seiner Fortbewegung ist in diesem Fall durch die politische Lage bedingt. Er muss üben, die Insel zu verteidigen. Gestern hat er einen Brief an Ma'am und Daddy geschrieben. In dem stand Für wen robbt er hier im Märkischen Sand, während Mamas Quater in Idaho besorgt, die Berichte über die Berlin-Krise liest? Er robbt unter anderem für die Erfolge des Herrn aus der Modebranche, den sie vorhin kennenlernten. Er robbt für uns alle, würde man am Rednerpult sagen. Und ein klein wenig robbt er natürlich auch für sich selbst und für Mama und Papa. Das gilt selbstverständlich auch für seine Kameraden. Als die Amis von Berlin werden sie in die Geschichte eingehen. Ein paar Kilometer weiter im Ostsektor heißen sie offiziell Ami-Besatzer und werden beschuldigt, unter ihren Stiefeln das Volk von West-Berlin in den Staub zu treten. Hier an Ort und Stelle ist das allerdings schwer möglich, denn die Geknechteten bevorzugen den Platz am Volant. Manche Berliner prosperieren auch im Sattel. Hoch zu Ross, der Besiegte, unten im Dreck der Sieger, könnte man sagen. Aber man kann es nicht, weil es nicht mehr stimmt. Früher, vor einem Dutzend Jahren, als Jim Squatter neun Jahre alt war und sein Onkel an der Spree den Vier-Mächte-Status personifizieren half, da war noch manches anders. Jim kennt es aus den Bemerkungen der Älteren. Ein Ami wurde damals nach der Länge der Stangen Lucky Strike bewertet und war genauso kostbar wie seine Konservenbüchsen. Aber das wurde dann bald anders. Spätestens nach der Blockade. Außer hier am Straßenrand treten die Amis wenig in Erscheinung. Nur um die Weihnachtszeit dringt aus den Fenstern ihrer Siedlungen grellbunte Christbaumbeleuchtung zum allgemeinen Schmunzeln der Berliner. Und das ist so ziemlich das Einzige, wodurch sie auffallen. Solche Bilder gibt es natürlich auch in Westdeutschland. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass diese Jungs hier strategisch auf einem verdammt miesen Posten stehen. Weniger als 10.000 insgesamt, umgeben von einem Imperium hochbewaffneter Ostblock-Soldaten. Okay, Boys, haltet die Ohren steif und grüßt Daddy schön im nächsten Brief. Das tapfere Volk der Berliner rollend. Naja, schließlich können sie ja nicht andauernd auf dem Vorposten der Freiheit Wache schieben und die Fahne hochhalten. Auch Helden brauchen mal einen neuen Liegestuhl oder ein paar Rollen Butterbrotpapier. Wie Sie sehen, geht es hier aufwärts. Aber wir wollen nicht gleich ein Symbol draus machen. Obwohl, also dem hier geht es offenbar noch nicht schnell genug nach oben. Überhitzung der Konjunktur würde das der Bundeswirtschaftsminister nennen. Davon kann natürlich in Berlin nicht die Rede sein. Was wiederum nicht heißen soll, dass hier nur die Ärmsten der Armen ein paar Briefumschläge oder einen Salzhering kaufen. Wohlstand schändet nicht und Heldentum muss nicht unbedingt mit Askese verbunden sein. So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben, sagte eine gewisse Frieda Hockauf auf der anderen Seite, die ein paar Straßen weiter beginnt. Die SED freute sich darüber sehr, aber die Umkehrung ist auch nicht schlecht. So wie diese Kundin heute ist, wird sie ganz sicher morgen, spätestens übermorgen, arbeiten. Wir hoffen es wenigstens. Aber jemandem beim Essen zuzusehen, ist unfein. Gehen wir. Dieser kleine Mensch ist eines der Berliner Kinder, von denen sie zu hören gewohnt sind, dass sie zwar Löwen im Zoo, noch niemals aber eine Kuh gesehen haben. Man soll eben nicht alles ungeprüft glauben. Spätestens jetzt werden Sie, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen, falls Sie überhaupt noch dran sitzen, fragen, warum wir das eigentlich zeigen. Kaufhäuser gibt es schließlich überall. Und in den Berliner Warenhäusern geht es auch nicht anders als woanders zu. Verzeihung, aber Sie irren. Sehen Sie diese Dame dort. Sie reiste 126 Kilometer weit mit der Eisenbahn und nun kann sie einkaufen. Und zwar ein Kilo Nägel für eine Mark 50 West mal 3,75 sind 5 Mark 65 Ost. Des Weiteren zwei Reißverschlüsse, zehn Meter Schlüpfergummi, fünf Rollen Nägern weiß. Und zwei Tafeln Schokolade A90. Die Bundesbürger werden, in diesem Falle wirklich neidlos, zugeben, dass solche Kurioser den Westberliner Kaufhäusern vorbehalten sind. Die Ware wird natürlich etwas teurer durch die Unkosten für die Reise und durch den Wechselkurs. Aber das ist nicht zu ändern, von heute auf morgen wenigstens nicht. Absolut unrentabel würde dieser Einkauf allerdings, wenn die Kundin Pech an der Sektorengrenze hätte. Sie beging nämlich einen Verstoß gegen das SED-Gesetz zum Schutze des innerdeutschen Handels. Aber wir drücken ihr natürlich den Daumen. Zumal das die billigste Art ist, an den Alltagssorgen der Brüder und Schwestern jenseits der, Sie wissen schon, teilzunehmen. Stellen Sie die Bildschärfe nach, meine Damen und Herren. Hier kommt es auf das kleinste Detail an. Sie sind auf der Kriminalpolizei, im Einbruchsdezernat. Der Herr dort, ach, jetzt ist er schon weg. Das war Oberkommissar Deta. Aber er hat uns erlaubt, mit hereinzukommen. Ja, es ist genau 9.37 Uhr. Die Fälle von der vergangenen Nacht sind fällig. Nein, es ist nichts Besonderes dabei heute. Keine großen Fische, keine dicken Hunde. Einbruchsalltag einer, verzeihen Sie das Pathos an dieser Stelle, Weltstadt. Da wäre die Sache aus Steglitz, Geschäftseinbruch. Zwei Ballen Kammgarn der mittleren Preislage. Der Herr wartet schon draußen. Nein, nicht der Bestohlene, der Einbrecher. Er brach nämlich schön ein bei seinem Einbruch. Er verlor seine Brieftasche am Tatort. Nein, das haben wir nicht erfunden. Das ist passiert. Und nun lässt der Herr Oberkommissar bitten. Das ist der Pech- und Galgenvogel. Er ist hier nicht mehr ganz neu. Jetzt ist er müde, weil er in der letzten Nacht den Schlaf des Gerechten versäumte, in dem man bekanntlich nicht sündigt. Zigarette, bitte. Geständig. In diesem Falle begreiflich. Nächster Fall. Die oder der Täter dieses zweiten Falles haben vorläufig das Glück, flüchtig zu sein. Man wird sie suchen müssen. Der Herr Oberkommissar tut sein Möglichstes. Das ist zunächst, er schickte ein paar Leute an den Tatort. Tatversuchsort müsste es hier besser heißen. Die Sache war nämlich so. Einem Juwelier in Charlottenburg wurde verdächtiger Schmuck angeboten, der aus einem Einbruch zu stammen schien. Sehen Sie, da geht schon die Fuhre los. Ja, also der Juwelier rief bei der Polizei an. In der Nähe seines Geschäfts wurde ein parkender, verdächtiger PKW gesehen, mit Mannheimer Kennzeichen. Und nun geht der Funkspruch raus an alle Kontrollpunkte und an Flugwache Tempelhofen. Der Herr Oberkommissar wird doch mal mit dem Chef über die Sache reden. Da ist er, der Herr Kriminalrat. Jetzt werden Sie, meine Damen und Herren, das erste Gähnen unterdrücken. Oder auch nicht. Wenigstens werden Sie nicht auf Fortsetzung dieser gefilmten Kriminalroutine bestehen. Hm, und jetzt telefoniert der Herr Kriminalrat auch noch. Es reicht. Er telefoniert übrigens mit Mannheim. So könnte es überall sein. In Köln, in Hamburg, überall, wo eingebrochen und etwas dagegen getan wird. Aber dieser Fall, der jetzt kommt, den kann es nur in Berlin geben. Nur in Berlin. Zwei Täter brachen in eine Garage ein und stahlen ein Auto. Der eine wurde geschnappt und der andere nicht. Der Geschnappte war so nett, Namen und Adresse seines Komplizen zu nennen. Die Beamten gingen zunächst mal in die Wohnung des Geschnappten und sahen sie sich genau an. Als sie damit fertig waren, wollten sie nun auch in die Wohnung des Getürmten, denn er wohnt gleich gegenüber. Aber da können sie leider nicht hinein, denn das ist schon Ostsektor. Aus der Traum vom Routinefall. Die Politik macht jetzt die Kriminalgeschichte. Was nun, meine Herren vom Dezernat Gerechtigkeit? Natürlich Kollaboration, äh, Kooperation mit den Kollegen von der Volkspolizei. Die, was immer man gegen sie haben mag, Einbrecher auch nicht schätzen. Man müsste vielleicht, da, der Herr Kriminalrat telefoniert immer noch mit Mannheim. Wenn er fertig ist, würde er vielleicht mal drüben bei der FOPO anrufen. Aber das geht nicht. Jawohl, Sie wissen es, weil das Berliner Telefonnetz geteilt ist. Aber die Sicherheit ist unteilbar, sagt der Herr Oberkommissar. Ganz ohne Kontakte geht's hier nicht. Da wird übrigens dem Geschnappten der Finger fixiert. Schmutzige Hände, aber Ordnung muss sein. Aufnahmen dieser Art werden immer unvorteilhaft. Ja, also statt des Telefongesprächs mit den Genossenkommissaren der Arbeiter- und Bauernmacht, die im Kollektiv den stolzen Namen Staatsorgane führen, wird ihnen geschrieben. Die Fernschreibkabel wurden freundlicherweise nicht zerschnitten. Kriminalinspektion Kreuzberg an Kriminalkommissariat Mitte. Betrifft Diebstahl des PKW, polizeiliches Kennzeichen BFG 243. Bezug ohne. Flüchtig nach Diebstahl des oben genannten PKW, der Gottlieb Krause, 24.03.18 Berlin geboren. Berlin N4, Bernauer Straße 37, Wohnhaft. Nach Aussagen des hier festgenommenen Mittäters soll der gestohlene PKW in der Nähe der Wohnung des Krause abgestellt worden sein. In der Wohnung soll sich zahlreiches weiteres Diebesgut befinden. Sicherstellung des oben genannten PKW und des eventuell vorhandenen Diebesgutes wird erbeten. Sektorentreffen zur Absprache weiterer Maßnahmen wird angeregt. In einem Bus an der Sektorengrenze treffen sich die Kriminalkollegen aus den beiden Teilen der Stadt. Und dann streitet man sich nicht über Ulbricht oder Adenauer, sondern über das geklaute Auto. Und da lässt sich jeder Zwist vermeiden. Aber das zeigen wir Ihnen lieber nicht im Bild, denn diese Kontakte sind Wackelkontakte. Und wenn man zu sehr dran rührt, dann könnte plötzlich das Licht ausgehen. Sicher empfände es die andere Seite auch als kompromittierend, über die Bildschirme des kapitalistischen Fernsehens geflimmert zu werden. Man muss sich gewissermaßen unauffällig nach ihnen bücken, sie sehr sorgsam handeln und wenig darüber reden. Dort kommt eine Bürgerin der Deutschen Demokratischen Republik. Sie ist soeben dabei, den demokratischen Sektor von Berlin zu verlassen und ihren Fuß auf den Westberliner Sumpf zu setzen, den die SED so gern trockenlegen möchte, damit die Westberliner auf dem Trockenen sitzen. Nur gut, dass die beiden Uniformierten nicht wissen, welchem Ziel die Passantin zustrebt. Sonst würden sie sicher wie aus einem Munde und so verächtlich wie möglich rufen, Scheuerlappengeschwader. Diesen merkwürdigen Begriff kennen die beiden Zerberusse nämlich aus ihren Zeitungen. Wieso und warum, das kommt gleich. Diese Straßenbahnlinie fuhr übrigens früher mal von der Potsdamer Straße durch in die Leipziger Straße bis die SED eines Tages. Naja, das kennen Sie sicher schon. Bleiben wir bei der Sache. Unsere Ostberliner Bürgerin ist an ihrem Westberliner Ziel. Und dieses Ziel ist, sehen Sie bitte selbst. Sie ist dabei, den Westberliner Schmutz zu bereinigen. Das hat die SED oft genug verlangt, wenn auch anders gemeint. Im Ostsektor wohnen und in Westberlin reine machen hat gewissermaßen einen dreieinhalbfachen Vorteil. Pro Stunde eine Mark West, die sich in der Wechselstube in 3,75 Mark Ost verwandelt. Ein Lohn also, bei dem Gewerkschaftsführern das Herz im Leibe hüpfen könnte. Der SED hüpft es allerdings vor Zorn. Den Kapitalisten den Dreck wegräumen, den profitgierigen Wechselstubenschwindlern zu Gewinn verhelfen und illegal ausgeführte D-Mark Ost illegal wieder einführen, das ist mehr als ein souveräner Satellit vertragen kann. Aber Schwamm drüber, das Scheuerlappengeschwader fliegt weiter über den großen Graben, denn es ist vom Wetter unabhängig. Das ist Stahl aus Westberlin. Auf dem Wege vom Stahlblock über das Stahlband zum Stahlrohr. Aber keine Angst, wir erklären Ihnen den technischen Vorgang nicht. Wir suchen hier den Westberliner Arbeiter. In dieser Halle bei Borsig gibt es allerdings nicht allzu viele, denn das Rohrwerk ist vollautomatisch. Der Betrieb wurde von Bomben zerschlagen, von drei Besatzungsmächten nacheinander demontiert. Immerhin waren auf diesem Gelände die Rohre mal Rohre von Maschinengewehren. Das Werk wurde erst vor knapp zehn Jahren wieder freigegeben und heute, wir wollen es kurz und schlicht machen, werden hier wieder gebaut. Dampfkraftanlagen, Dampfkessel, Kernkraftwerke, Luft- und Gaskompressoren, Schiffskraftanlagen und Kälteerzeugungsanlagen. Die Kälte des Kalten Krieges ist damit nicht gemeint. Obwohl, hier ist durchaus nicht alles wie anderswo. Der Betrieb hat seinen eigenen Hafen, sein eigenes Stahlwerk, seine eigene Geschichte, aber auch seine eigenen Sorgen. Sie nehmen sicher an, das müssten West-Berliner Arbeiter sein. Aber nicht alle sind es. Einige sind darunter, die heißen im Berliner Nachkriegsalltag Grenzgänger. Sie wohnen im Ostsektor, sind also, um in den Worten der SED zu reden, Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und arbeiten, weil sie das schon vor der Zerschneidung der Stadt taten, hier, wo jetzt Westsektor ist. Das hat die SED nicht gern und deshalb übt sie einen Druck auf diese Männer aus, die ihrer Ansicht nach der bösen NATO in die Hände arbeiten. und so könnte es sein, dass einer dieser beiden seinen Bürgermeister wählen konnte, und der andere nicht. Dass einer dieser beiden den westlichen Sender, den er hört, ganz leise einstellen muss und der andere nicht. Dass der Sohn des einen in der Schule marxistisch-leninistisch erzogen wird und der Sohn des anderen nicht. Grenzgänger heißen die von drüben, obwohl sie in einer Stadt wohnen und in einem Werk arbeiten. Diese beiden reden übers Wochenende. Jeder hat einen fahrbaren Untersatz und daher haben beide die gleichen Sorgen. Wohin soll's gehen mit Muttern und Luischen. Die Havelchaussee war letzten Sonntag dran. Wäre also diesmal der Zehlendorfer Grunewald fällig. Die allgemein bekannte Sehnsucht des Großstadtmenschen nach Licht, Luft, Sonne und Grün ist in Berlin meist dieser sonderbare Kompromiss. Man lagert am Rande der Avus. Etwas Auspuffgas muss noch dabei sein, obwohl der Grunewald so klein nun auch wieder nicht ist. Nein, es ist eben so. Warum weiß niemand am allerwenigsten der Erholungssuchende im Straßengraben. Einsam ist man eben zu alleine und etwas Betrieb muss immer sein. Wer allerdings weiter rausfährt, der kommt doch recht bald ins politische Gedränge. Zum Beispiel so. Solche Schilder kennen Sie natürlich schon, denn sie fehlen nie, wenn heutzutage einer irgendwas von Berlin zeigt. Sieht ja auch sehr dramatisch aus. Und obwohl mancher Kameramann manche Stunde vor diesen Objekten verbrachte, ist es jedes Mal wieder ein bisschen gruselig, dass dort drüben nun der Anfang vom Ende der Freiheit ist. Solche Texte kennen Sie auch, aber was das heißt, das wissen besser als Kameraleute, Fernsehpublikum und Westberliner Sonntagsausflügler, die Menschen hinter dem Zaun. Das ist eine Westberliner Liegewiese am Liniker See, vor dem Zaun. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dieses Wasser hier ist freiheitliches Gewässer. Es mit Booten zu befahren lohnt kaum, denn 120 Meter vom Ufer entfernt beginnt nicht der Ostsektor, sondern die Zone. Sie ist für Westberliner verbotenes Terrain. Wer etwa über die Bojengrenze hinaus schwimmen würde, wäre im Sinne der SED-Gesetze bereits ein Krimineller. Man muss hier Bescheid wissen, um noch vergnügt zu sein. Diese Hühner sind westliche Hühner. Der Zaun teilt Haus und Hof und daher sind diese Gänse dort Ostgänse. Diese Herren hier aus dem unfreiwillig rekrutierten Kuriositätenkabinett der Teilung sind Westberliner Zollbeamte. Sie passen auf, dass keine HO-Ware durch den Wald herüberkommt. Und dort im Turm sitzt ein Volkspolizist und passt auf das Volk auf, damit es keine HO-Ware hinüberschafft. Manchmal kommt einer hinter dem Zaun vor, sagt zum Westberliner Zöllner, Na Abend und hast du mal eine Zigarette? Aber das kommt selten vor und nur bei Berliner Fopos. Die Importierten aus Sachsen machen sowas Klassenkampfgefährdendes nicht. Es ist schon ein Trauerspiel und es hat leider schon so viele Akte und so viele Vorhänge, obwohl keiner da Kapu klatscht. Aber wir wollen nicht immer nur das Schlimmste zeigen. Man kann sich in einer Zigarettenpause auch über das Wochenende unterhalten, ohne von der Grenzschilderneurose geschüttelt zu sein. Ausnahmsweise möchten wir auch das servieren. Die Fahrt beginnt, sagen wir, auf der neuen Schnellstraße. Enorm. Was? Oder hier, Ost-West-Achse. Allerdings nur im geografischen Sinn. Politisch liegt Achsbruch vor. Prima Straße, nicht? Kurt Schumacher-Damm. Aber jetzt zeigen wir keine mehr. Schließlich ist Berlin ein stark subventioniertes Unternehmen und immerhin haben wir auch noch ein paar schlechte Straßen zu bieten. Auf einer dieser schicken Straßen also beginnt das Großstadtwochenende. Und wenn man will, ist man bald draußen. Zum Beispiel hier oder hier. Auch das ist Berlin. Auch das liegt im 150-Kilometer-Ring der Westsektoren. Hier sind die Großstädter Bauern. Aber was sie bauen, reicht gerade für einen Häuserblock. Wem aber das Dörfliche nicht fein genug ist, der kann, na also, segeln vielleicht. Oder in einem Schlossgarten Tafé trinken. Mit Blick auf die Seenplatte. Oder Wildschweine füttern. Oder Dampfverfahren. Das alles ist möglich auf der Insel. Von all dem kann man träumen. In einer Zigarettenpause in Berlin. Neun Uhr siebenunddreißig. Und damit verabschieden wir uns von den reisenden Gästen aus dem Omnibus. Sie haben vieles gesehen, aber nicht alles. Sie aber, meine Damen und Herren, sahen, was die eiligen Gäste zu sehen versäumten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020